Bei uns ist Weihnachten immer sehr knapp bemessen zwischen meistens Engelberg, der letzte Wettkampf vor Weihnachten und dann geht es am 27. Dezember schon wieder zur Tournee. Dann ist es einfach schön, wenn man da mal als große Familie zusammensitzen kann und das ist, glaube ich, mehr Geschenk als alles andere. Das ist halt als kleines Kind oder als Kinder, auch mit der Geschwister, jedes Mal wieder ein Erlebnis, das wird man nie vergessen, weil das was Unbezahlbares ist und umso mehr man da verbringen kann, umso schöner finde ich es persönlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017